Hallo Leute und herzlich Willkommen zu diesem Special. Dieses Mal ist es wirklich ein spezielles Video, denn wir wollen euch etwas ankündigen. Also ich und Electrex, wir wollen euch etwas ankündigen, etwas Besonderes. Wir haben nämlich überlegt, dass wir mal etwas richtig Besonderes machen wollen. Also nicht halt irgendein anderes Let's Play oder so, das ist zwar etwas Besonderes, aber wir wollen mal etwas richtig Besonderes machen. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir doch ein Kommentierer erst machen könnten. Ja. Also, wir haben das jetzt so gedacht, dass jeder von uns ein Gameplay macht. Also ich mache Ace of Spades und Electrex macht höchstwahrscheinlich MW2. Nein, Planet Z2. Okay. Oder nein, MW2 MW2. Ja, eins von den beiden wird halt machen, entweder Planet Z2 oder MW2 wird eins von den beiden machen. Ja. Und ihr könnt euch dann aussuchen, welches von den Videos ihr dann nehmt. Falls ihr nicht wisst, was ein Kommentierer es ist. Also das ist halt derjenige, der YouTuber, der das macht, der tut ein Gameplay aufnehmen. Und der tut es halt dann rendern und hochladen. Und die Leute, die da mitmachen wollen, die laden sich das Gameplay dann runter. Und dann tun sie halt dazu labern, irgendwas labern halt. Je nach Regeln machen sie etwas halt dazu. Also tun was im Video zufügen oder tun das Video kürzen oder irgendwas selber einfügen oder so halt. Und dann tun sie das halt auf ihrem Kanal hochladen und das dann als Videoantwort auf das Ankündigungsvideo machen. Und wie lange ist dein Gameplay? Also mein Gameplay ist, ich hab jetzt nachgeguckt, 8 Minuten 42 Sekunden. Ist jetzt ein bisschen länger als ich gedacht hab. Aber ich wollte jetzt nicht mitten während dem Laufen so abbrechen. Wo bist du eigentlich? Hm, ein bisschen nach vorne gegangen. Bisschen, ich bin schon auf der Brücke, okay. Also meins ist 8 Minuten 42 lang. Und ihr könnt das kürzen, ihr könnt das länger machen, ihr könnt irgendein Zeug anfügen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Dadurch völlig überlassen. Nur das Video muss eine Mindestlänge von 6 Minuten 30 Sekunden haben. Egal welches Video nimmt, ob ihr jetzt mein Video nehmt oder das von Electrics. Es muss eine Mindestlänge von 6 Minuten 30 Sekunden haben. Wenn das Video jetzt 6 Minuten 20 Sekunden ist, dann nehmen wir es nicht mehr an. Das ist jetzt ein bisschen fies, aber ist so, ist halt eine Regel. Und... Oh, da ist schon mal mit Hedger gekillt. Nice. Und ähm... Äh, also genau, stimmt. Ähm, ihr... Also, Voraussetzungen sind eigentlich nur dafür. Ihr braucht halt eine Stimme und ein Headset oder halt ein Mikrofon eigentlich. Ihr müsst unsere beiden Kanäle nicht abonnieren, es ist keine Pflicht. Aber ich würd's euch empfehlen, dass ihr halt jederzeit, äh, dass ihr halt informiert seid und jederzeit wisst, was, ob was Neues passiert und wenn was Neues passiert. Ja. Ja, also es ist keine Pflicht, uns zu abonnieren. Es wäre aber von Vorteil. Für beide Seiten. Genau. Nein. Alter, mit der Shotgun-Fall. Halt, pass auf. Zu spät. Egal. Also, ähm... Wie gesagt, abonnieren ist nicht Pflicht. Ihr müsst halt einfach nur eine Stimme haben und ihr müsst halt ein Mikrofon oder halt ein Headset oder sowas haben. Das sind die Voraussetzungen. Und, also, wenn ihr das Video dann fertig habt, dann sollt ihr es auf eurem Kanal hochladen und dann, äh, dem Video von Electrics als Videoantwort schicken und mein Video als Videoantwort schicken. Ja. Electrics und ich gucken, wir beide gucken uns dann das Video an und bewerten das dann halt. Also, wir gucken es dann halt an und dann tun wir zusammen, äh, diskutieren, wie wir es fanden. Und die besten zwei, die kommen ins Finale und die kriegen dann nochmal ein Gameplay. Also, die kriegen ja nur eins, die kriegen nicht zwei, also sie können sich gar nicht aussuchen, sondern kriegen eins vorgesetzt und müssen dann halt damit was machen. Und, ähm, derjenige, der im Finale gewinnt, der kriegt insgesamt 20 Euro Pay-Safe-Card. 2 mal 10 Euro Pay-Safe-Card. Ja. Das ist dann halt der Gewinn. Und, also, ich weiß nicht, ob, äh, Electrics das macht, aber ich mache das auf jeden Fall. Der Gewinn davon kommentiert, das kommt bei mir auch in die, äh, Liste rein von den zu empfehlenden Kanälen. Das mache ich auf jeden Fall auch noch. Ja, mache ich auch. Okay, also. Kriegt ihr Geld und einen Push, wenn ihr gewinnt. Also, alles von Vorzeit. Ich würde sagen, wir gehen mal bei Blau rein. Ich würde sagen, wir lassen es mal, denn mein Klient ist wieder abgestützt. Echt? Like a boss. Ja. Okay. Das ist kacke, aber das ist jetzt kein Problem, glaube ich. Ähm, okay. Also, das waren eigentlich die Fakten, also, ähm... Regeln. Ja. Ja. Ähm, also ich habe mein Gameplay schon hochgeladen, ich werde das auch dann verlinken. Eventuell, äh, auch Electrics ein Video verlinken, wenn ihr das hochgeladen habt. Und dann, ähm, ja. Also, Teil, äh, bis wann Teilnahme am Schluss ist, weiß ich noch gar nicht, also. Aber ich denke, so einen Monat oder so müsste man schon Zeit lassen, denke ich. Mhm. Muss man halt mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall, also, sobald ihr dieses Video sieht und ihr den Download-Link habt, könnt ihr loslegen. Okay. Das war jetzt das für heute. Also, sagen wir mal so, äh, ab dem, äh, Datum, wo das Video hochgeladen ist, ab da einen Monat weg, oder? Hm, ja, würde ich sagen. Also, ich glaube... Das ist schon genügend Zeit. Ja, also, wenn es passt, dann kommt es morgen am 29. September raus, dann wäre das bis zum 29. Oktober. Und wenn es dann, und dann, also bis dort ist das, äh, Halbfinale. Und, ab, und wenn wir es packen, kommt dann am 30. Oktober, oder, äh, gibt es eigentlich einen 30. Oktober, ich glaube schon. Ja, stimmt. Ja. Dann kommt dann am 30. oder 31. Oktober, kommt dann die Verkündung von den Finalisten. Genau. Und die haben dann, weiß ich nicht, eine Woche oder so Zeit, oder zwei. Zwei, ja. Oder eine, keine Ahnung. Ja, gucken wir einfach mal. Ja. Ok, Leute, das war's für dieses Mal. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen, und ich hoffe, ihr werdet fleißig mitmachen. Ja, wär schon geil. Ja, das würde mich ziemlich freuen, und Electrix auch. Ja, ich bin schon sehr gespannt, welche Videoantworten wir bekommen werden. Mhm. Schließlich hat das ja für beide Seiten Vorteil. Und, ja, also, das war jetzt das, was ich euch sagen wollte, und ich hoffe, ihr macht mit, und bis zum nächsten Mal, oder bis halt irgendwann, Leute. Ja. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao.